Musik 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 Da stehst du noch, sieh zu, mach mein Pferd fertig. Jaaa! Hast du schon gehört, wie das Turnier von Kira war? Ja, da wird die scheiße gewesen sein. Ja, ich glaub, die wurde schon wieder disqualifiziert. Guck mal, da vorne ist sie, sollen wir da mal hingehen? Ja. Ich glaub, dein Turnier war nicht so gut, wie kommt sie denn da drauf? Meine Turniere sind immer gut. Im Gegenteil zu euch, fahr ich wenigstens aufs Turnier. Wenn du beim nächsten Reiter wettbewerblich besser bist, verkauf ich dich. Boah, ich hab überhaupt keinen Bock heute. Ich auch, ich war ein richtiger Scheiß. Jaaa! Ich hab Hände sogar zwei und auch Haare mehr als drei. Ich hab einen runden Bar und ne Nase hab ich auch. Ich hab links und rechts ein Bein und ein Herz noch nicht auf Stein. Und jetzt winke ich dir zu. Hallo du, du, du. Lala, 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 lala. Hi, hi. Kommst du mit aufreiten? Ne, auf dem letzten Turnier war ich eine zweite. Jetzt muss ich noch mehr trainieren. Noch mehr? Ja, fünfmal die Woche springen reicht doch nicht. Okay, alles klar. Hey, hast du gleich Reichtunde? Ja, aber der ist total wild. Der legt die ganze Zeit die Ohren an. Aber er sieht doch ganz brav aus. Ich seh schon in seinen Augen, bis er gleich los springt. Und deine Reifweste? Du hast doch eine Reifweste an. Achtung, der weiß! Aaaaah! Du bist doch mein ganzes Liefer. Was hat sie denn? Wie war dein Tag heute mit deinem Pony? Richtig gut. Mein Pony ist sogar heute in Anlehnung gelaufen. Anlehnung? Wir sind schon bei der Aufrichtung. Das macht er richtig gut. Und dein Springen? Wir sind ein E-Parcours gesprungen. E-Parcours, das machen wir zum Aufwehren. Das machen wir mit links, ey, wirklich. Jeden Tag, wenn wir springen, da ist auch wirklich L drinne. Und meine Mathe-Klausur, die war richtig gut. Ich hab nur eins geschrieben. Und meine Erdkunde-Klausur, die war genauso gut. Ich glaube, ich krieg einen Notendurchschnitt von 1.0 dieses Jahr. Und was ich noch ansprechen wollte wegen dem Urlaub. Und ja, ey, genau. Habt ihr Lust immer mal so auf Mallorca zu fahren? Wo ich meine Party machen und so. Das ist ja immer mega cool. Ach, Ski, das ist viel zu kalt, Leute. Ey, hallo. Tentisch an die neue Kollektion. Und, war's da schön? Ja. Jetzt war besser, oder? Ja. So, jetzt war richtig gut, ne? Ja. Ja. Hi. Hi. Ähm, ich hab eine Frage, kannst du mir vielleicht eine Schabrankelein oder so? Ja. Werden die Wüste denn? Die ist ganz schön hier. Welche? Die. Ah, klar. Jo, dankeschön. Bitte. Hi. Hi. Ey, könntest du mir vielleicht deine Spohrankelein? Ja, warte. Ich, ich weiß nicht, welchen du willst. Ich kann dir diese geben oder die. Dann nehm ich die mit dem Pizza. Okay. Dankeschön. Hi. Hi. Hast du vielleicht eine Gärte für mich? Ja, guck mal. Hier. Mehr hab ich leider nicht. Musst du eine aussuchen. Danke. Hasta. Boah, Sina. Hast du die in der Halle eben gesehen? Schrecklich, oder? Boah, furchtbar. Und nur weil die alles farblich passend zueinander hat, denken sie könnte reiten. Ja. Hast du denn gesehen, wie das Pferd bei ihr läuft? Ja, stocksteif. Richtig scheiße. Vor allem der Kopf da. Ja. Und die wiegt sich gar nicht. Nicht mal in der Ecke. Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Und sie sitzt da total schief und krumm drauf. Geht nicht. Geht gar nicht, ne? Mist, ich komm schon wieder zu spät. Kira, Kira, kannst du mir eben helfen? Nur wenn du schon wieder zu spät bist. Gäst. Manche kurz dieatherine